Was ist denn das? Tja, könnte alles mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oli, das ist Wahnsinn. Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Oh mein Gott! Verdammt. Okay. Den Wanzer mal genauer an. Okay. 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 Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Geh! Geh! Oh! Ich bin doch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Seine Scheiße! Was zum? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wo? Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen Scheiße, ist das krass! Scheiße, ist das krass! Scheiße, ist das krass! Schreie! Schreie! Spre rationales antolliere Schreie! 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 Verschwörung am Blick 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 Verschwörung am Blick